So, Sonne Mitricht, herzlich willkommen zurück zu... ...du Runde, Puddle Knights. Es sollten ja eigentlich noch nicht mehr sein. So, den haben wir gekriegt. Das einsetzen, ne? Das ist eine schöne Weile her. Ich denke, wir bleiben jetzt erstmal hier auf der Weihnachts-Inselgrieß. Wir hatten das damals da beendet, ne? So. Talente. Endlosigkeit erhöhte Wüstung um 5% für jeden Feind im Reichwein. Aggression reduziert die Abklingzeit von Kriegsschreien. So, den, den... ...den Schaden durch auf Aktivierung sind, wird deine Bestimmung in 10 Sekunden drastisch erhöht. ...kann ich nur alle 10 Sekunden auftreten. Ja, wir wollten gucken, was wir hier haben. Alter, alles voll. Das ist nicht so schlecht, ne? Ach, Ziegel können aus dem Eck... ...brauchen wir jetzt nicht unbedingt, ach? Ich finde es blöd, dass die das jetzt so gemacht haben. Das war früher hier mit drin. Oh, ne? Oh, boah. Ich weiß, warum die das irgendwie endet haben. Das Dübelchen. ... ... s die Karte zu der Runde all die Monster tragen fröhlich Mützen ich halte es nicht aus wenn wir keine kleine Mützen uns grinsen schon vergehen was sagst du wirst du mir da ein dutzend ihrer zerrissenen Moden müssen gestillen Nee, noch nicht Was finden wir da? Oh, das sind wir da? Ja, ne So, Attribute können wir auch noch hoch machen Ja Hatten wir ja tief vorhin, ne? So, du kannst dich auch wieder hören Es ist durch ein Baum, selbst nicht Sooo 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 Wie haben wir jetzt so? Zehn, da brauchen wir noch ein bisschen mehr Jetzt würden wir zwei Ja Den haben wir auf jeden Fall gleich schon mitgenommen Oh 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 Das ist doch sehr klar, aber ich kann es nicht mehr sehen, ob ich es nicht mehr sehen kann. Okay, gut! Das ist alles. Was war der Masone? Ich bin hier in der Karte! Okay, ich schau' dir das. Ich bin hier in der Karte. Das ist echt ein Daumer und die? So, dann müssen wir alle mit den Namen, dann können wir das haben, aber dann... Oh ja, ja... 10,000 Watt weg... ...zertschießen, deshalb... ...kühnere Sterne, äh, grünere Sterne, dann haben wir ihn geschlossen. ich will den jetzt eigentlich mit mir ich will den jetzt einfach mal zu drüben so drüben wo das ist ich gehe jetzt einfach mal zu drüben wo das so rum, muss schon rum wo ist schon rum so rum ach, muss ich blicken ja 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 reinkömmung zack ich hat er ich ich Was gefunden? Ich ist wohl verloren, als ich gerade aus Kamina kam und sie mich kamen haben. Scheiße, wie soll das sein? Was haben wir Yup? Das weiß ich, ob es da aus dem Road kommt? Was haben wir da aus der Welt kommen? are wir rausgecken? Was haben wir da aus dem Roadmap? wenn wir weg sind, dann schließt ich die Welt. Schauen wir mal hier rein. Das ist so gut, oder? Oh! Was gehen wir mal dort hin? Was ist denn da? Was ist denn da? Was ist denn da? Der ist mir nur dran. Ne? Es ist so... Es ist so... Was ist denn da? 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 Das hier ist irgendwas. Ich werde jetzt wieder so scheiße drüben vornehmen. Vorbeherrschen? Was ist denn da? Was ist denn da? Sie sind da. Das ist das. Okay, wir sind hier. Let's just stop the opening door. Section. ich habe schon geklaut was ist denn hier auf dem Haus mit das ist ein paar Miner das ist ein paar Miner das sieht so aus das ist ein paar Miner das sieht so aus Ah, ist er. Ich gebe mal an, was wir hier haben. So, jetzt müssen wir jetzt zurück. Wir machen das. Ich glaube, da muss ich auch mal eine Bedeutung werden. Chris, was geht ab? Ich bin tot, dass ich mich nicht mehr so verletzen kann, oder? Oh, 6 Kabel. Oh, ein Renteuer ist nebenan. Dann möchten wir vielleicht mal einen Platz machen. Eine Schneebelle. Die Schneebelle würde ich mir halten wollen. Und hier ein dunkler Holzbappen. Damit... So muss es eben auch immer brauchen wir? Sieht nicht da halt. Tja ha, Gott bin ich! So. das abschließend level 1 und ok gut und gehen wir jetzt mal zurück zu dem da da kam es noch es gibt noch Reittiere aber ich habe Geld das nervt dann werden wir mal zu und zur Basis zurückkehren ich weiß gar nicht morgen als letztes hier das letzte Mal habe ich zu Weihnachten gekommen ja und und roter Hund ok ja das will ich gar nicht ach das ist ja roter Hund haumer festlicher Baum Okay, Pulverschneebaum, okay, Rubienbaum, Pichtensättchen weg, Pulverschneebaum, Paltmeier, Pförse, weg, Paltmeier, weg, 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 das kann man später sammeln alles, oh hier, ich würde sagen, wir gehen auf das. Das wird halt alles einfach da mitnehmen, du haben es wenigstens da vernehmen, dann müssen. Ah, das theoretisch brauchst du den Bums halt immer nicht, das kannst du da später alles hören. Ja, Wahnsinn. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir vielleicht noch irgendjemanden haben hier, den wir witzige Sachen machen können. Ich glaube, die festlichen Bäume kannst du auch im Dings basteln. Fröhliche Puppe. Okay, cool. Weg, weg, weg. Wir müssen sagen, wir öffnen einfach mal die ganzen Kisten. Jetzt habt ihr auch schon mal die dunkle Karmuschel. Jetzt haben wir hier ein Blumen und Eisblumen, so wie es aussieht. Ja, wo hatten wir jetzt noch Geschenke? Ja, ich finde das ist so doof, dass sie das so gemacht haben. Jetzt haben wir hier noch ein Blumen und die Kisten, die Kisten, die Kisten, die Kisten, die Kisten, die Kisten sind. dass da immer so ein bisschen dunkler rauskommt, das ist sinnlos. Ich habe nicht wirklich zu sorgen, ey. Einen Haufen Mundpitz kriegst du aber Mehl, den könntest du halt eigentlich mitnehmen, ne? Aber am Ende des Tages kriegst du den ganzen Schmarrn halt hoch. Am Ende des Tages kriegst du den ganzen Schmarrn halt hoch. Ich brauche die ganzen Möbel hier, ne? Eigentlich brauchst du das halt alles nicht. Die Maus haben wir hier. Dann machen wir es mal Tag, ey. Jetzt sind es nicht viel mehr, oder? Haben wir jetzt alles abgesucht? So, ja. Ja. Ja, gibt es jetzt erstmal auch noch. Scheiße. Die Wand leuchten schon? Ach. Ich muss die meiste Säsche leuchten, aber das ist gut. Ich kann es also auch mit Ihnen als Wand leuchten nehmen. mann mann die mann nicht hat er hat dann wahrscheinlich schon überhaupt nicht so eine ordnung haben wir ab weil so viel zu tun das hier scheinbar drinnen wenn man da heute mitzubasteln wir sehen uns auch noch in der nächsten Folge bis zum nächsten Mal und ich sag Ciao mit V mit Rudolf Tschüss